Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir die Taro Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Taro Box wird mir kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an Taro Oasis an dieser Stelle. Ja, so bekomme ich alle zwei Monate die Box zum Vorstellen gezeigt. Melde dich auf jeden Fall für den Newsletter an, wenn du die nächste Taro Box nicht verbassen willst, weil es geht so unfassbar schnell, wie diese Box ausverkauft ist. So schnell kann ich das gar nicht in meiner Story auf Instagram posten, wie diese Box immer ausverkauft ist. Ja, es ist eine richtig richtig coole Box, wo du Beauty-Produkte, Wellness-Produkte, Lifestyle-Produkte drin hast. Die kostet 29 Euro pro Box und es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben. Alles, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, kommt gleich im Laufe des Videos. Und ja, ich würde einfach jetzt gerne mal reingucken, denn es steht auf der Box, so riecht Natur. Und ich habe eben für das Thumbnail bereits an der Box gerochen. Und aus diesem Schlitz kommt auch tatsächlich ein sehr zietrischer Duft raus. Und ich will sie jetzt aufmachen und reinschauen. Ja, alle zwei Monate, wie gesagt, kommt sie raus. Und ja, oh man, wir müssen erst mal das Design der Box angucken, oder? Es ist wunderschön. So, es ist total sommerlich und es gefällt mir richtig richtig gut. Müsste die Juni-Juli-Box jetzt auch tatsächlich sein? Oder die Mai-Juni-Box? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe sie in die Videobeschreibung auch reingeschrieben, genau. Und ja, man kann sie hochklappen. Und hier haben wir ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen wird. Und Leute, hier kommt ein Duft raus. Das ist so angenehm. Ich habe von Tao Asis auch tatsächlich einige ätherische Öle bereits, die ich verwende, um meine Wäsche immer zu beduften. Weil ich habe einen Wäscheball, ich benutze wenig Waschmittel, also fast nie. Eher selten, so für 60 Grad Wäsche schon. Oder wenn ich irgendwas nicht, danach in den Trockner packe. Aber ansonsten verwende ich immer einen Waschball, wo ich dann auch 5 Tropfen einfach von einem ätherischen Öl draufgebe. Und das ist sehr, sehr häufig von Tao Asis. Und es riecht so angenehm. Und ja, Mensch, die haben so viele verschiedene Duftrichtungen. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Und ja, oh, es riecht so weif. Genau. Hier haben wir einmal das Häftchen, wo drinsteht, was drin ist, mit den Produkten und den jeweiligen Preisen. Und so schaut es tatsächlich aus, wenn man die Box einmal öffnet. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich will es endlich hier auseinandernehmen und aufmachen und reingucken. Genau. So, das Erste, was ich hier rausziehe, ist von Baldini bei Tao Asis. Ein Körperöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. Mit der Duftrichtung Mandel. Sehr, sehr angenehm. Das verwenden wir auch sehr, sehr gerne in Kombination mit ätherischen Ölen. Und dann kann man halt eine schöne Aromamassage machen. Entweder bei sich selber, wenn man die Beine so massieren muss oder so. Das hat man einfach öfters mal, wenn man so müde Beine hat. Oder halt, ja, eine Rückenmassage für jemand anders. Genau. Das ist, wie gesagt, eine Duftrichtung Mandel. Die hatte ich noch gar nicht. Da riechst du jetzt so nicht viel raus. Das kann man dann hauptsächlich mit den ätherischen Ölen am besten parfümieren. Und, ja, wird traditionell aus Süßmandeln gewonnen. Die schonende Kaltpressung garantiert den Erhalt der natürlichen Wirkstoffe. Mandelöl ist ein mild duftendes Öl für die sanfte Körperpflege und sinnliche Aromamassage. Komm, ich mache mir das mal eben auf die Handinnenfläche. Da habe ich jetzt hier mal eben zwei Tropfen. Das ist auch meist sehr, sehr ergiebig. Deswegen verteile ich mir das eben kurz in den Händen. Und wenn man das halt erwärmt, dann riecht man die Luft natürlich noch mehr. Ach, das ist super dezent und zurückhaltend. Das ist sehr, sehr angenehm. Das riecht echt gut. Boah, das fühlt sich jetzt schon so pflegend an den Händen an. Mensch. So, als nächstes haben wir hier, oh schön, ein Bio-Raum-Spray. Das verwende ich gerne für unser Wohnzimmer. Vielmehr mit Seekiefer und Palmarosa. Megaschön. 50 Milliliter haben wir hier drin. Das dürfte sogar eine Full-Size-Größe sein. Mensch, das riechen wir doch direkt mal. Oh, sehr. Aquatisch, aber gleichzeitig diese zitrische Unternote. Das ist sehr, sehr angenehm. So als Raumduft richtig, richtig klasse. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr angenehm. Dieses Seekiefer, da hast du wirklich so einen leicht, ähm, waldigen Duft, sag ich jetzt einfach mal dazu. Ja, da bin ich echt. Ich beobachte, Moment, die Duftbeschreibung, ich liebe es. Ich liebe es, einfach so was zu lesen. Ich beobachtete, selbst vergessen, eine Möwe, die schwerelos vor wolkenlosem Himmel kreist. Der leichte Wellenschlag trägt eine würzig-frische Brise von Palmarosa, Lemongrass und Zitronen in die kleine Bucht, aufgeladen von dem Duft warmer Vanilleschoten. Der sommerliche Windhauch streift durch anmutige Seekiefern, denen die Hitze der Mittagssonne ihren aromatischen Duft aus Holz und Nadeln entlockt. Ich atme tief. Hier fällt es mir leicht, loszulassen, mich zu entspannen und Kraft zu schöpfen. So viel mehr tut gut. Ich finde es einfach so herrlich. Ich liebe solche Duftbeschreibungen, Leute, ganz im Ernst. Ich könnte mir das den ganzen Tag lang durchlesen. Richtig, richtig schön. Und hier ein bis zwei Sprühstöße reichen bereits für eine angenehme Duftentfaltung im Raum. Jo, ich habe hier einen Raum. Ein Duftstoß reicht hier tatsächlich, weil es ist kein großer Raum hier. Cool. Du hast meistens so ein Massageöl dabei, dann hast du ätherische Öle mit dabei, um das Ganze zu intensivieren. Dann hast du ein Raumduftspray mit dabei. Und dann noch das ein oder andere. Ein bisschen Food hat man hier auch manchmal mit in der Box. Und ein Lifestyle-Artikel nenne ich das einfach mal. Mal etwas, wo du quasi das Öl drauf tröpfeln könntest, damit es einfach auch schöner, ansehnlicher ist und das Ganze sich im Raum schöner verteilen kann. Und wir haben hier als Aromaöl mit dabei Mandarine. Das ist dieses hier. Teilweise sind diese Öle auch zum Verzehr geeignet. Das hier kannst du zum Beispiel auch verwenden, um es in ein Getränk reinzumachen. Steht hier auch immer extra drauf. Zum Würzen und Aromatisieren von Speisen, Getränken und Räumen. Das ist immer explizit drauf beschrieben, ob du das halt nur für den Raumduft nehmen kannst oder ob du das halt auch ganz normal ins Essen geben könntest. Und das ist natürlich cool. Gerade jetzt, wenn du dir so ein eiskaltes Wasser gönnst und dann zwei Tropfen oder ein Tropfen reicht meistens schon aus, dann hast du auch schon in diesem Wasser so einen leichten Kick noch mitgegeben. Finde ich echt klasse. Dann haben wir hier, das habe ich auch schon öfters gehabt, das finde ich toll, Schlafgut, der Schlummerduft. Ja, das ist zum einen Schlafen und Träumen für kleine und große Kinder. Ich bin ein großes Kind und das gebe ich oder das lege ich mir gerne tatsächlich über meine Nachttischlampe, weil die halt genauso auf der Höhe ist, dass ich das quasi auch so einatmen würde. Ich mag einfach diesen Duft von Lavendel. Ich mache auch immer gerne so einen Raumduft, dieses Deep Sleep Pillow Spray oder so mache ich mir sehr, sehr gerne bei uns auf die Bettwäsche drauf. Wenn man sich dann abends ins Bett murmelt und alles so leicht nach Lavendel oder so duftet, das ist super angenehm. Und ja, sowas ist dann halt nur für meine Seite. Das kommt nicht rüber zu der Seite von meinem Freund, zu der Bettseite, denn manchmal mag er das nicht, wenn das zu intensiv duftet. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Also von daher für mich safe richtig gut. Dann haben wir noch ein weiteres Aromaöl mit dabei und zwar Pfefferminze. Das ist dieses hier und auch das kannst du dir in Speisen und Getränke mit reinmachen oder halt für die Aromamassage oder, oder, oder. Und das finde ich ganz toll. Genau, ich sammle weiter die ganzen Düfte und nach und nach werden sie alle aufgebraucht. Ihr seht das ja auch in meinem Aufgebraucht-Video, ne? Da zeige ich euch ja auch immer, wie die Düfte so waren. Dann habe ich hier noch ein Produkt, ein Yoga-Duft, das finde ich witzig, mit Grapefruit und Sandelholz ist das. Das dürfte so ein, wie beschreibe ich das, so ein sehr orientalischer Duft sein, weil Sandelholz ist ja sehr, dieses leicht holzige, ne? Wie der Name schon sagt, aber es ist halt so ein ganz spezieller Duft. Also ich kenne das aus diesen orientalischen Läden, die bei uns ja auch in der Nähe sind. Danach ist es dort immer sehr drin. Dann nach Räucherstäbchen, genau. Wobei Räucherstäbchen ja auch einen entsprechenden Duft immer bekommen, Mensch, also je nachdem, was man da halt so an Duft reingibt. Und das ist ein Roller und damit kann man sich dann einrollen, wenn man Yoga macht. Ich weiß nicht. Hallo. Wobei das mehr nach Grapefruit riecht tatsächlich, als nach Sandelholz. Aber doch, 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 wenn man es jetzt so auf die Haut gibt und ein bisschen verreibt, dann kommt der, oh ja, da kommt der Sandelholzduft durch. Hm, das ist, oh, sehr, sehr angenehm. Also das ist dann auch wohl zur Entspannung, funktioneller Roll-on, zur Aromakosmetischen Anwendung. Für Klarheit und Inspiration. Okay. Auf Schläfen, Nacken und Solarplexus und Fußsohlen abrollen. Okay, ja. Ne? Einfach so ein bisschen, für ein bisschen Om im Leben. Letztes Mal hatten wir auch so ein Yoga-Set mit dabei, fand ich auch richtig cool. So, das war's jetzt von dem, was so außen drum zu ist. Ich glaube, neu ist dieses Krüppelpapier. Das habe ich jetzt so vorher noch nicht wirklich bemerkt. Und jetzt haben wir hier als nächstes etwas von Baldini drin. Und zwar ein Aroma Stream Mini. Sowas finde ich ja klasse, ne? Dieser Raumdufter, sage ich jetzt einfach mal dazu. Das möchte ich mir mal angucken. Das habe ich, glaube ich, auch in groß. Sowas ähnliches, wenn es das ist. Das mag ich auch ganz gerne, aber vor allem eher im Winter tatsächlich. Ach, schön. Das ist hier so eingepackt. Kann man dann auch 1a wieder einpacken und verschenken, wenn man das möchte. Hier ist ein Duft mit dabei. Und das ist der Duft Wellness. Ist natürlich auch schön, ne? Den sollte man nicht essen. Nein. Das ist nur zur äußeren Anwendung. 8 bis 10 Tropfen auf 1 Esslöffel Meersalz für ein aromatisches Vollbad. Guck mal, da man kann es auch baden. Ist auch cool. Wir haben leider keine Badewanne. Jedenfalls nicht hier. Wir haben eine oben, aber nicht hier. Okay, das ist ja interessant. Das ist halt so ein Tool, so ein Produkt, wo du hier hinten ein USB-Kabel dran machen kannst, was hier auch mit drin ist. Ich denke, hier oben kommt dann entsprechend der Duft raus, ne? Ist auch der Anknopf. Genau. Ah, und hier oben kannst du dann diese Pads reinlegen, die da auch mit bei sind. Und da kannst du dann ein paar Tropfen von dem ätherischen Öl drauf träufeln. Und hier ist auch ein kleiner Ventilator drin. Und dann wird er das Ganze im Raum verteilt. Das ist auch schön, ne? Das ist richtig schön. Es ist etwas Optimales zum Verschenken. Deswegen mache ich das mal wieder zu. Ich habe das, wie gesagt, in großer Form schon da. So in der Art und Weise. Das ist eine schöne Geschichte zum Verschenken. Und ich denke, sowas ist nicht günstig, ne? Man kann die ganzen Produkte auch kaufen auf der Homepage von Tao Asis. Aber es fühlt sich echt gut an. Das finde ich ganz cool. Das hat ja auch so Einziehschlitze wahrscheinlich, weil das halt diesen Ventilator hat, ne? Dann zieht das von unten in die Luft und pustet es dann da oben drüber. Finde ich klasse. Ich habe es tatsächlich wieder reingekriegt. Yay! Das gefällt mir. Das ist echt ein cooles Gimmick einfach mit dabei. Also ich kann diese Box wirklich empfehlen. Wie gesagt, wenn euch sowas interessiert, abonniert auf jeden Fall den Newsletter von Tao Asis, damit ihr auch darüber informiert werdet, wenn die Tao Box online kommt. Weil das geht einfach super, super schnell, dass die online gestellt wird. Ruckzuck ist die ausverkauft. Und damit ihr das nicht verpasst, kann ich euch das nur empfehlen. Und jetzt zeige ich dir einfach mal, was es in diesem Video zu gewinnen gibt. Und zwar habe ich hier von Tee bei Tete Sept drei verschiedene Duschen in drei verschiedenen Duftrichtungen. Das heißt Hallo Lieblingsdusche und dieses Set gibt es in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir unten in die Kommentare einen lieben Kommentar mit der Information, welcher von den hier in diesem Video genannten Düften dir am liebsten gefällt. Also was du so am interessantesten findest, würde mich sehr interessieren. Denn leider kann ich in diesen Videos keine Abstimmung mehr machen, weil YouTube diese Abstimmungsfunktion leider abgeschafft hat. Ja, ist schade. Und wenn dir das Video an sich gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!